hallo liebe freunde heute zu einer weiteren review diesmal meine erste iron man figur ihr seht schon es ist der red snapper power pose schauen wir uns erstmal kurz den karton bisschen an ja von vorne der ist sehr groß ich kriege ihn kaum drauf ja die figur wunderschön zu sehen mit hot toys logo power pose logo noch drauf auch schön glänzende stellen hier ja der rest ist sehr matt gehalten dann drehen wir den einmal rund um ja das logo geht einfach hier einmal durch auch dieses wabenmuster von iron man hier ja immer wieder zu erkennen sehr schön hinten die üblichen warnhinweise und logos drauf von sich scale und so weiter ja sehr schön zu sehen einfach hier das zum abziehen einmal stellen kurz beiseite und ja hier der karton auch ganz schlicht in dem wabenmuster hinten noch mal hot toys power pose schlichter karton drin die plastik boxen mit allen zubehörteilen wenn vorhanden und der figur drin die ich natürlich schon rausgenommen habe so und da haben wir den lieben karl auch schon dieser ist ziemlich groß deswegen nicht ganz im bild wir kommen später noch zu den details wo auch alles noch mal zeigen kurz zu der figur wie gesagt power pose den gab es glaube schon vom mark 42 im verhältnis dazu ist er wirklich sehr beweglich aber halt gerade im oberkörper ja in dem bereich ist er im prinzip fest wenn wir drehen mal kurz rum das sieht man auch hier der ist ganz leicht schräg verdreht nach jetzt von hier aus links gesehen hier um mehr dynamik auszustrahlen so wird es beschrieben ich dachte am anfang auch gott wohl schief gebaut nein ist extra so gewollt aber hier in der hüfte ist er wie gesagt wie ihr seht überhaupt nicht beweglich ist er halt auch aber ein power pose aber dafür wirklich in den arm hier oben die schulterteile lassen sich bewegen der kopf links und rechts nach oben und unten auch zu bewegen im armgelenk hier leicht zu bewegen so circa ich weiß nicht nur vielleicht sind nicht ganz 45 grad ja aber auch sonst der bizeps wirklich rundherum zu drehen ja kommen wir vorne zur klaue ja lässt sich hier schön aufklappen hier sind auch hände drin die lassen sich leicht drehen sieht man aber kaum kann man also so lassen in der position wie sie auch sind wie gesagt zur figur weil ich noch kurz was sagen die wird ausgepriesen mit 229 bis 279 euro das ist echt zu viel also das ist ein power post der hat null zubehör nur noch ein ständer wo man eine flugpose nachstellen kann das war es der hat auch light up features da muss ich persönlich für mich sagen das sind 229 echt schöne harte grenze 279 viel zu teuer der hat null zubehör da sieht zwar hammermäßig aus ihr seht schon ich liebe auch diese etwas anderen iron mans nicht so wie mark 2 3 4 5 6 7 8 die standardmäßig aussehen auch damit dass ja immer dieser schlanke iron man nur anders farblich designt mir gefallen wirklich der igor der red snapper der peacemaker der heartbreaker auch der star boost die sind alle vom design etwas anders gehalten ja auch der hier diese ganzen hydraulik metallstreben in den armen im schulterachselbereich im oberkörperbereich auch hier unten weil wir können wir kurz dahin gehen in den beinen ja das sind auch hier die teile sind alle beweglich ja man kann den fuß auch zeigen wir dann noch mal hin und her hier auch diese ganzen diese silberne goldene design das rote ganz besonders auch der der head sculpt oder der helm sculpt ja hier an der seite diese zähne zu sehen diese massiven schultern dieser nacken so sieht es aus ja also das ist richtig kräftig brutal gemacht da ist auch dazu da um sachen aus dem weg zu räumen wegzuschleppen mit den klauen fort zu tragen diese ovale ark reaktor gefällt mir sehr sehr gut der helm auch breiter gehalten oben dieser silberne diese silberne stückchen ja also das sieht sehr böse sehr brutal aus schwer ja was gibt es noch zu sagen auch hier die details geriffelt hier so ein paar metall stückchen die ineinander geschoben werden oder die sich vielleicht auch öffnen lassen im richtigen iron man anzug also da ist schon richtig geil gemacht aber diese dieser preis von weit über 200 euro meines erachtens nach viel zu teuer weil ihr habt ja null zu behör dabei ja das sieht geil aus man kann aber aufgrund des power pose halt auch nicht wirklich so viel machen ihr habt hier vorne an den klauen die machen wir kurz hier als beispiel auf was blendet ja das ist in beiden klauen zu haben ich mache jetzt bloß die eine an ja ist ein sehr grelles licht ihr seht schön ich mache es mal ein bisschen runter im hinteren teil drehen wir mal um auch dieses dieser diese hydraulik streben hier nenne ich sie mal ja diese metall schienen immer wieder gold abgesetzt silbern auch nicht nur glatt sondern schön so stückchenweise ja hier oben auch wie dieser brutale rücken dieser brutale nacken ja das teil hier hinten könnt ihr rausnehmen das zum das legen wir gleich schon beiseite zum anschalten des akreaktors ja auch ein sehr grelles licht ihr seht es schon sensationell dann machen wir mal kurz den kopf ab da habt ihr nämlich im hinteren ja ja das ist ein ganzes stückchen mit hals dran was ich gemerkt habe man sieht schon hier das schleift am vorderen teil hier drin ja also da geht die farbe ab bewegt nicht zu viel ich habe zu spät gemerkt schon ein paar mal hin und her gedreht setzten gerade drauf versucht vorher schon eine pause zu machen vom kopf und dann steckt er den einfach wieder drauf ich muss jetzt gerade mal schauen die augen hier leuchten nur ganz ganz leicht man sieht es kaum das finde ich ein bisschen schade bei meinem ja man sieht es kaum den unterschied wenn ich es ausmache oder an ja man sieht es kurz auf leuchten aber irgendwie weiß nicht ob das so sein muss dann muss ich mir noch mal ein paar andere reviews anschauen jetzt machen wir den kopf immer kurz drauf so ja also wie gesagt überlegt euch vor eine pose wie ihr den kopf drauf steckt dass er da nicht euch auch so die farbe abbreitet wie bei mir ja wie gesagt hier die beine lassen sich beide auch drehen nach vorn zurück ihr habt hier ein bewegliches teil gerade wenn man jetzt das knie kann man auch sehr schön eigentlich weit bewegen beide knie der fuß lässt sich unten auch drehen hin und her ja ihr habt diese beweglichen stücken hier ja den fuß hoch und runter macht ja auch schön alles detailhaft gehalten hier kabel die auch wirklich sich bewegen lassen diese ganzen hydraulik schienen hier dran viele viele bewegliche teil das ist bloß ein power post oder gerade hier im kniegelenk ja das bewegt sich auch alles schön mit hier hinten ja dieses hydraulik gestell klasse gemacht finde ich also ich mag diese massiven derben ironmans da schon sehr ja hier bei den armen wie gesagt ihr habt nicht so viel spiel da lassen kann man nicht so viel machen ja aber für einen power post ich sag's nochmal ist er wirklich sehr gut gemacht gemacht jetzt will er nicht mehr stehen bleiben jetzt hält er wieder ja für einen ironman-fan lohnt sich das auf jeden fall da gehört eine sammlung mit rein aber schaut da welchen preis er da wo kriegt weil wie gesagt über 200 ist echt viel zu teuer jetzt schauen wir uns noch mal kurz den ständer an so da haben wir auch schon kennt man ja typisch ironman 3 vom design her nicht beleuchtet ja unten auch keine möglichkeit batteriefach oder ähnliches vorne finde ich ganz schick das ein schönes schild stark industries und dann auch welche ironman es ist wir fans kennen alle aber ich finde es immer nicht schlecht wenn da dran steht welcher wer es auch ist plastel ganz einfach dann oben das typische plastel stilchen dran mit einem kleinen aufsatz spitzes metallstückchen vorsichtig ja ich sage jetzt nichts dazu wo das reinkommt ja passt da auf wir können da sehr schnell den lack kaputt machen das painting das muss ich doch nochmal umtauschen so da steht nicht ganz fest also ein bisschen wackelt er hin und her passt auf dass er da in einem regal steht was von sich aus nicht mit schwingt oder ähnliches ja ihr könnt aber schöne posen dann flug posen damit machen ja so er hat ein bisschen hang nach vorn also egal wie rum man hinstellt schaut dass da vielleicht ein arm auch nach hinten zeigt gehen wir mal ein stückchen weit weg hier meine aufbauten weg machen ja sieht schon sehr geil aus wenn man das richtig beleuchtet fällt das stäbchen auch nicht mehr so auf der ständer und es sieht schon toll aus genial gemacht also wow 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 wie gesagt sollte in keiner sammlung fehlen und ja wie gesagt ein paar nitpicks sind dabei dass ich am vorderen teil des halses da die farbe abnutzt weil die hier innen dran schleift die augen hier leuchten jetzt nicht so stark wie jetzt der akreaktor oder die vorne an den klauen die energie leuchten und nicht so ganz stabil im stand aber trotzdem das soll der figur nichts negatives jetzt abtun für einen power pose absolut beweglich für jeden iron man fan ist es ein muss ich bedanke mich wieder bei euch dass ihr mir zugehört zugeschaut habt ich hoffe ich konnte euch auch bei der figur etwas weiterhelfen ja lasst ein abo da lasst ein like da kommentiert das auch gerne wie gesagt ich freue mich da über alles und das macht mir dann auch spaß beim weitermachen vielen vielen dank bis zum nächsten mal und vergesst nicht ich bin iron man bis zum zum nächsten mal und ja bis zum nächsten mal